Hallo, ich bin Sabine Bechheim. Ich leite bei der IHK Siegen das Referat Gründung, Sicherung und Nachfolge. Bei uns finden Sie viele Informationen zu den formalen Anforderungen und Sie bekommen Feedback zu Ihrem Unternehmenskonzept. Außerdem gibt es viele verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. Das alles ist für Sie gratis. Mein wichtigster Tipp für Gründer ist, reden Sie mit vielen verschiedenen Leuten über Ihr Geschäftsmodell und stellen Sie dieses immer wieder in Frage. So können Sie gleich am Anfang feststellen, welche Ihrer Ideen tragfähig ist. Alles Gute!